Tränen und Lächeln! Schwester? Wie wär's mit... Freund? Ich bin keiner von euch, he? Deswegen? Okay. Extrem komische Gestalten rennen auf uns zu. Das sind wohl die Überlebenden von dieser Gehirnwäsche, die gerade noch so das letzte bisschen Verstand übrig haben, um ein ganz primitives Leben zu leben und halt noch so ein bisschen zu reden. Von daher kann da noch nicht so alles kaputt gewesen sein in ihren Köpfen. Aber die sehen nicht so ganz normal aus und irgendwie sind sie auch ein bisschen unheimlich. Von daher schaue ich mal, wie ich mich gegen die zur Wehr setzen kann. Ich will dich nicht bekämpfen! Du musst, Nellen, die werden dich umbringen. Nutz deine Impressions! Sensen-Menü mit Back. Dann schauen wir uns doch mal das Combo-Lab an. Während ihres Fortschritts schalten sie die vergessenen Kampfschritte, genannt Impressions, frei. Ihre Kombos, links, können durch die freigeschalteten Impressions rechts angepasst werden. Okay. Wichtig, der erste Slot in ihrer Combo kann nicht verändert werden. Die Eingabesequenz einer Combo ist vorbestimmt und unveränderbar. Alles klar. Kraft Impressions verursachen massiven Schaden. Verwenden sie sie, um hart zuzuschlagen. Es schaffen sie eine Drei-Schritt-Kombo mit den zwei Kraft-Impressions, an die sich Nellen erinnert hat. Gut, dann... Äh, ja, 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 ja. Das sehen wir jetzt in der Mitte. Hier, das hat so ein bisschen was von Michael Jackson. Wow! Huhu! Dann würde ich sagen, das sieht doch sehr nach einem Finisher aus, dass man den Gegner gerade nochmal wegschlägt. Dann werde ich das hier direkt mal in die Mitte setzen. Jetzt verwenden sie den linken Stick, um einen Combo-Slot auszuwählen, in dem sie die Impressions einsetzen. Drücken sie A zum Bestätigen. Jawohl! Öh. Okay. Dann setzen wir das hier rein. Fertig! Sie haben eine Drei-Schritt-Kombo aus Kraft-Impressions hergestellt. Fortsetzen. Combo-Timing-Dip. Führen sie den nächsten Schritt aus, wenn sie ihren Treffer landen. Dann probieren wir doch gleich mal, wie das hier funktioniert. Zack! Die dynamische Combo-Anzeige liefert ihnen Echtzeit-Feedback zu den ausgeführten Combos. Okay, ich springe hier mal drüber. Immer wenn da die... Ausrufezeichen aufleuchten. Startet der anscheinend dann gleich einen Angriff. Das ging ja jetzt doch relativ leicht von der Hand. Was sind die? Lipa. Elende Ausgestoßene, die im Bauch von Neo-Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich. Aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die eroristische Sache. Wer ist das? Oha, da kommt schon wieder der Nächste. Nein, der hat anscheinend Angst vor uns. Dann würde ich sagen... Verfolgen wir den doch direkt mal. Okay. Du musst hier raus. Geh und finde Kopfweh, Tommy. Ich sag ihm, du bist wieder dabei. Wer? Er hat eine Bar am Ende von Slum 404. Krabbel hier raus. Ich gebe dir dann Hinweise, falls nötig. Entkommen sie aus dem Lipa-Versteck. Okay. Dann hangel ich hier... Hä, hä, hä. Hangel ich mich hier mal lang? Was sind das hier für Apparate? Ach, die sind nur für den Müll zuständig. Okay. Verbrecherin, ich glaub's geht los. Ich hab nichts Unrechtes getan. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran. Aha, eins ist sicher. Mhm, immer mehr Erroristen. Springen wir mal hier rüber. B zum Fallenlassen, okay. Ähm, ah, einmal hier rüber. Raus kommt man nur nach oben? Ja, dann gehen wir doch mal nach oben. Das mit diesen Masken hier sieht auch sehr, sehr vertrauenserweckend aus. Yes. Irgendwer schreit hier. Edge, wer ist dieser Tommy? Tommy war dein bester Freund. Er war Gedächtnisjäger und blieb unserer Sache treu. Seine Bar ist in einem Frachtraum über den Kanalschleusen in Slum 404. Das Leaking Brain. Nicht zu verfehlen. Leaking Brain. Das leckende Gehirn. Das auslaufende Gehirn. Gibt's hier irgendwas? Was ist das? Indem wir mühen, alle Formeln des Vergessens zu bekämpfen, gewährt die, tralala, freien Zugang zu den kulturellen Erinnerungen von Neo-Paris. Während der Missionen gefundenen, gefundenen Nenis, können im Tagebuch gelesen werden. Naja gut. Das lese ich mir dann später mal durch. Hier ist doch eben schon wieder irgendeine Gestalt lang. Oha. So sieht also Paris 2084 oder später aus. Der Eiffelturm ist noch da. Der Rest sieht nicht sonderlich prunkvoll aus. Ich geh... Abwasserschrimps. Äh, B um sich fallen zu lassen. Dann mach ich das doch. Hier sind wieder ein paar mit gestörten... gestörten Erinnerungseinheiten. Okay. Die Werbung verfolgt einen also in der Zukunft überall hin. Olga Zedowa. Mhm. Der werden wir wahrscheinlich auch noch begegnen. Ich hab keine Ahnung. Aber wenn ein Charakter schon so beiläufig eingeführt wird... Was ist hier? Ein Errorist hat Ihnen eine Erinnerung an einen versteckten Vorrat hinterlassen. Schauen Sie sich das Bild aufmerksam an und finden Sie das entsprechende Gebiet in Ihrer Umgebung. Da liegt ein Müll. Das ist so eine Ecke. Ist das ein Aufzug? Sieht aus... Was war das? Ist das hier die Ecke? Wo sind die denn alle? Hier oben muss jemand sein. Ah. Wir sammeln Sie fünf Z-Patches ein, um einen zusätzlichen, ich weiß nicht, Gesundheits-Irgendwas zu kriegen. Dann machen wir uns doch mal hierhin auf. Es ist ganz gut, dass man hier angezeigt kriegt, wo es weitergeht, weil... Manchmal wird es dann doch ein bisschen unübersichtlich, denke ich. Gerade wenn man dann die ganze Zeit... Von irgendwelchen Viechern attackiert wird. Ihre Gesundheit ist gefährlich niedrig. Drücken Sie Tralala, um das Sen-Sen-Menü aufzurufen. Sie haben eine neue Fünf-Schritt-Kombo freigeschaltet. Sehr schön. Einfach, indem ich angegriffen wurde. Ich freue mich. Ein neuer Impressen-Typ ist jetzt verfügbar. Regeneration-Impressen. Wann immer Nilin eine Plus-Regeneration-Impressen ausführt... Achso, das Plus heißt Regeneration. Regeneriert Sie ein wenig Gesundheit. Das ist hilfreich. Verwenden Sie diese neuen Impressens, um Ihre Kombos anzupassen. Okay. Nehmen wir doch mal diesen Tritt und packen den hier hin. Wieso ist da jetzt ein Ausrufezeichen dran? Verwenden Sie... Ja, genau. Hatte ich vor. Ah, okay. Das Ausrufezeichen hieß wohl, diese zwei Kombo-Abschnitte sind noch nicht miteinander verbunden. Von daher hat er einfach was gefehlt. Gut. Die anderen beiden sind anscheinend da oben verwurstet und können da nicht nochmal irgendwo reingesetzt werden. Heißt also, diese Kombination hier macht wesentlich mehr Schaden als die. Dafür heilt die einen so ein bisschen. Okay. Dann. Wieder zurück. Ausweichen, ausweichen. Und jetzt. Mann ey, viel gegen einen. Ich glaube, es geht los. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Ich glaube, ich bin hier irgendwie... Nein. Tod. Verdammte Axt. Ist die Kombo jetzt noch vorhanden? Ah, okay. Okay, okay. Ich bin jetzt drin. Hä? Oh, verdammt. Da bin ich nicht schnell genug ausgewichen. Alles klar. Wo sind die Nächsten? Jetzt bin ich gerade warm geworden. Ha! Ausgewichen? So leicht kriegt ihr mich nicht. Bäm! Diese Regenerations-Kombo muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Ich habe ja jetzt schon volle Energie. Von daher nehme ich jetzt mal diese wesentlich stärkere Dreischritt-Kombo. Um hier hoffentlich etwas schneller wieder rauszukommen. Uah! Der Sprung ging daneben, Alter. Ich weiß nicht so richtig, was ich da aufsauge, wenn ich einen erwischt habe. Ah, da hinten. Aber ich sehe das einfach mal als positiv an, dass ich die jetzt fertig gemacht habe. Einmal B und um die Ecke. Okay, so lernt man das Springen auch. Ist das hier ein Medikasten? Ah, cool. Sattklappen bieten allen Bürgern von Neo-Paris kostenlose nanomedizinische Dienste an. Drücken Sie B, um sich zu heilen. Wundervoll. Volle Energie. Wagen. Ja, er starb zweimal, aber das muss ich jetzt nicht fünfmal sagen. Was ist das hier? Ah, ein neues Bildchen. Also man hat zwischendurch immer solche Suchpassagen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich... Das ist da hinten nicht irgendwas Gelbes? Nein. Nein, nein. Und schlicht. Wie gesagt, Controller sind nicht so meine Welt. Aber jetzt hat es ja geklappt. Lass du mich mal schön in Ruhe. Ha. Ah, verdammt. Und da hat er wieder volle Energie, beziehungsweise sie. Palm. Yeah. Sie haben eine Pimp-Schwelle. Was? Zuhälter gibt es hier auch. Sie haben eine PMP-Schwelle erreicht und können jetzt Impressions freischalten. Äh, okay. Dann gucken wir doch mal nach. Nillin erhält PMP, während sie kämpft. Prozedurale Meisterschaftspunkte, dafür steht es also, werden verwendet, um vergessene Impressions freizuschalten. Nillin hat genügend PMP. Ja, okay. Um eine neue Impressions freizuschalten. Überlegen Sie, wie Sie die neue Impressions verwenden können, um längere und bessere Kombos zu erstellen. Äh, welche habe ich denn? Die hier habe ich jetzt freigeschaltet. Ach ne, muss ich jetzt freischalten. Okay. Verwenden Sie die neue Impressions, um eine Kombo zu erstellen. Je länger eine Kombo ist, desto kraftvoller. Ja, die obere ist ja nun mal voll. Steht da irgendwo, wie viel Schaden eine einzelne macht? Ansonsten packe ich das jetzt einfach mal hier hinten dran. Ja, gut. Dann gucken wir mal. So, Moment. Hier sieht es doch so nach Müll aus. Das ist aber doch nicht das von dem Bild. Okay. Und Anlauf und spring und hangel dich hoch. Überall Müll. Also diese Bilder. Ah, hier. Satpatch gefunden. Finde ich ja mal total gut. Gefahr. Standschlag. Gefahr. Na dann geht's bergauf. Oha. Alles voll mit diesen Viechern. Sag mal, geht's dir noch gut? Du fliegst doch selbst runter. Wow, 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 wow. Nix wie runter hier. Bevor der Dampf wiederkommt. Schnell, 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 schnell. Was treiben die denn da oben, dass sie jetzt einfach den... ...Anhang runterfliegen? Und dann geht's mir... Schnell, kassysisch.